Wenn Sie diese 5 sehen, dann hat das mit unseren 5 Produkten unter 5 Euro zu tun. Ey, also jetzt müssen wir uns wirklich was wünschen. Wir könnten auch einen Knarrenkorps aufmachen. 5 unter 5, die Sendung, die bei Ihnen unheimlich gut ankommt, denn kleine hilfreiche Produkte, die ich einfach mal so mitbestellen kann. Vielleicht sind das ja genau die knapp 4, 5 Euro, die Ihnen noch fehlen, um auf 150 Euro Warenwert zu kommen. Dann ist es nämlich auch noch versandkostenfrei. Anfangen tun wir mit dem Thema, was uns auch jeden Tag beschäftigt. Wir stehen den ganzen Tag und irgendwann gibt es Schuhe, die sind ein bisschen unangenehm. Dann kommen wir abends nach Hause, die Füße tun weh und da gibt es was dagegen. Der Rücken tut weh, die Hüfte tut weh, alles tut weh. Und deswegen bieten wir Ihnen jetzt die passenden Einlagen an. Und zwar aus aktivem Memory Foam. Das bedeutet, Sie laufen wie auf Wolken. Das ist ein thermoaktiver, viskoelastischer Schaumstoff. Und der modelliert ja Ihre Fußkonturen nach. Und das bedeutet, das, was früher, noch so vor 15, 20 Jahren, meistens mit einem Schuhhersteller, Tonschuhhersteller aus Oregon verbunden wurde, nämlich die Luftpolstereinlage, die können Sie sich jetzt ganz einfach in jeden Anzugsschuh legen. Und zwar nicht als Luftpolster, sondern als Wolkeneinlage. Denn das ist ein Gefühl wie auf Wolken. Sie sehen es, egal wie, was, wo ich drücke, es passt sich an und es behält dann auch genau die Form. Ich drehe es mal so in diese Richtung und da sehen Sie lauter Linien drauf. Ganz einfach, Sie suchen sich Ihre passende Schuhgröße aus. In meinem Fall wäre das 10,5, also zwischen männlich 10 und männlich 11. Und dann wird zurechtgeschnitten. Das funktioniert ganz simpel. Dann nehme ich mal unsere schöne Pearlschere und fange einfach mal an, drauf loszuschneiden. Unten an der Linie M10 bis 11 längs schneiden, die Linie genauestens verfolgen, das ist kinderleicht. Und dann haben Sie genau die passende Einlage für Ihre Füße. Sie können es ganz einfach machen, wenn Sie es ideal zuschneiden wollen, dann nehmen Sie die Einlegesohle aus Ihrem Schuh raus und passen das genau an. Das ist gehen wie auf Wolken. Ich habe die selber bei mir in den Schuhen drin. Das macht richtig Laune, denn so ein langer Tag auf den Beinen, ja, der hat, je älter man wird. Auch da bin ich nicht vorgefeilt. Dann abends immer das Thema, dass man, ach, die Füße tun, aber entweder Sie bestellen sich unseren Massagesessel oder wenn Sie schnell was machen wollen, dann bestellen Sie sich hier unsere Sohlen. Denn für 3,71 Euro muss man das mal ausprobiert haben. Das ist übrigens eine Universalgröße zwischen Schuhgröße 34 und 43. Also für Damen wie für Herren Schuhe perfekt passend. Und das kriegen Sie wirklich für 3,71 Euro. Diese Memory-Form-Thematik, die gibt es ja auch bei Matratzen. Und dass es das für Schuhe gibt, ist wirklich toll. So einfach haben wir jetzt mal schnell dem Spengi seine Einlage für die Schuhe gemacht. Denn als ich hier begonnen habe, neben dir moderieren zu dürfen, hatte ich irgendwann abends immer leichte Rückenschmerzen. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich kann das nicht, wie machst denn du das? Und dann zauberte er dieses Set aus der Tasche hervor und sagte zu mir, probier das mal aus. Und es ist in diesen Anzugsschuhen, die zeige ich Ihnen jetzt mal, die haben zwar eine Gummisohle, aber trotzdem tut das irgendwann richtig weh. Einfach reinlegen und schon stehen Sie wirklich wie auf Wolken. NC 3094 und die 569 ist hier die Bestellnummer. Und für 3,71 Euro kann ich Ihnen sagen, werden Sie kein schöneres Gefühl bekommen. 3,71 Euro für eine Memory Foam Einlage für den Herren oder für den Damenschuh. Das ist jetzt ein Angebot nur im Rahmen der 5 unter 5 Sendung. Denn wir beide schwören drauf und das sollten Sie sich jetzt nicht entgehen lassen. Denn egal ob ein langer Tag im Büro oder eine lange Geschäftsreise, diese Einlage wird Ihnen garantiert viele, viele schöne Momente gewährleisten und viele, viele Schmerzen wegnehmen. Das ist aber noch lange nicht alles. Arbeitsschuhe, auch noch ein Thema. Schauen Sie mal. Das ist meine Größe, ich habe schon wieder neue. Dankeschön. Gerne. Also, tolle Sache. Aber wenn Sie jetzt auch so öfter mal in der Küche stehen und merken, das ist eine tolle Einlage, da kann man wirklich auch in der Küche länger stehen, dann hat das meistens irgendwas dann zu tun, dass Sie kochen. Und wenn Sie was auf dem Punkt kochen oder backen wollen, haben wir jetzt auch was für Sie. Denn unseren Küchentimer, der ist uns mehr oder minder immer wieder, wenn wir ihn angeboten haben, aus den Händen gerissen worden. Denn ein Küchentimer, der auf drei verschiedene Art und Weisen aufgestellt werden kann, der bis 100 Minuten anzeigt und der sogar mit dem Ellbogen bedienbar ist, zu dem Preis, das wird schwierig, so ein tolles Produkt außerhalb unserer TV-Sonderpreis-Aktion. Jetzt die 120 Minuten gilt zu finden. Denn, gucken Sie mal hin, 2,76 Euro. Und dieser Küchentimer steht hier, und jetzt nehme ich ihn mal hoch, da sehen Sie es ganz einfach, hinten, Aufstellerfunktion, Magnet oder Haken. Und wenn der Herr Engelmann jetzt mal die Küche isst, halt mal fest, bitte, Sie bedienen ihn wunderbar mit dem Ellbogen. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel das Steg marinierst, den Rinderbraten einlegst und du hast die Hände voll und du willst in dem Moment starten, musst du nicht erst die Hände waschen, sondern du drückst einfach mit dem Ellbogen drauf und los geht es. Start-Stop-Knopf, dann kann ich hier meine Sekunden, meine Minuten einstellen. Das Frühstückseil wird auch perfekt. Dann drücke ich oben auf Start. Und magnetisch ist es auch toll. Wir haben es mal mit einem kleinen Aufsteller vorbereitet, denn dann kann ich auch natürlich an meinem Kühlschrank oder an einem Dunstabzug aus Edelstahl den hier einfach festmachen. Sie sehen es, zack, bombenfest. Und so einfach ist der Küchentimer dann überall montiert. Und das ist wirklich hilfreicher, denn der ist digital. Und wenn sie, da habe ich echt gestaunt, mal gucken, was kosten solche Küchentimer denn in Fachgeschäften? 12, 15, 25 Euro mit diesen Ratterdingern. Und die kannst du ja gar nicht genau einstellen. Versuch mal da zwischen 2 und 3 Minuten zum Beispiel. Haben wir ausprobiert. Es geht nicht. Wir standen bei einem Möbelhaus in Blaugelb und die Leute haben sich totemacht, weil wir geflucht haben wie die Rohrspatzen. Es geht nicht. Ja, ich weiß, ich war ja dabei. Aber das Schöne ist, jetzt für 2,60 Euro. Es geht einfach nicht. Großes LCD-Display. Drei verschiedene Montageeinheiten. Also stellen, hängen oder an den Kühlschrank. Das alles für 2,76 Euro. SD 1234. Und die 569 ist hier die Bestellnummer. Aber das ist natürlich noch lange nicht alles, denn unser Tisch ist voll. Und das bedeutet, da kommt noch mehr für unter 5 Euro. Und jetzt für 3,71 Euro die musikalische Untermalung, egal ob die Geschäftsreise mit den neuen Memory Foam-Einlagen, das Kochen in der Küche mit dem neuen Küchentimer oder, oder, oder. Das ist der absolute Wahnsinn vom Preis. Wir bieten Ihnen unseren kleinen Cube, der kostet normalerweise knapp 15 Euro bei uns, zu einer Sonderaktion für 3,71 Euro an. Der macht Musik, der klingt so, der klingt wie ein Brett. Der klingt so richtig groß erwachsen. Da kann ich eine SD-Karte reinpacken mit Musik. Da kann ich einen USB-Stick anstecken. Da kann ich Klinke auf Klinke-Kabel. Jederzeit auch mal einen MP3-Player anschließen. Und ich habe ein Radio drin. Alles, was ich benötige. Und eine Uhr auch noch. Vor allem auch noch ein Wecker. Jetzt passen Sie mal auf, was aus dem Gerät rauskommt. Das ist jedes Mal wieder der pure Wahnsinn. Es ist einfach ein vierfaches Technikwunder. Denn MP3-Player, UKW-Radio, Aktiv-Lautsprecher und eine Uhr mit Weg-Funktion. Und hören Sie mal, so klein, aber trotzdem so leistungsstark. Das liegt natürlich daran, dass die Firma Auvisio hier die tollsten Klangkomponenten verbaut hat, die es in diesem Miniaturbereich überhaupt nur gibt. Und das bedeutet, Sie haben hier ein akkubetriebenes kleines Klangwunder. Für 3,71 Euro. Also genau das Richtige für das Picknick, für die Urlaubsreise, fürs Kinderzimmer. Eigentlich, ja, die kleine Klangbox für jedermann. Für 3,71 Euro gibt es jetzt ehrlich gesagt keinen Grund zu sagen, bestelle ich mir nicht. Denn ganz ehrlich, überlegen Sie mal. Irgendwann hatten Sie bestimmt schon mal die Situation, dass Sie picknicken waren oder dass Sie am Strand waren und gesagt haben, ach, eigentlich wäre jetzt ein bisschen Musik schön. Und das können Sie jetzt immer mitnehmen, denn Sie sehen es da oben, akkubetrieben und das Ganze klein und kompakt. So, jetzt überlegen Sie mal, 16 Stunden Akkulaufzeit. Das ist der Hammer. Ich habe mir den geholt, also den eins größeren. Das ist ein Knüller, das ist so toll. Jetzt dreht er wieder durch. Das ist, es ist irre. So aus einem kleinen Würfel, vor allem jetzt für 3,71 Euro. Bestellen Sie, den kann man immer gebrauchen. Das ist ein Wahnsinnsgeschenk. Das ist ein toller Alleinunterhalter mit 16 Stunden. Überlegt mal, im Freibad irgendwo gemütlich abends auf der Terrasse sitzen, auf dem Balkon die Nachrichten hören. Und das mit so einem kleinen kompakten Gerät, was ich überall mit hinnehmen kann. Und Hotelzimmer haben ihren Schrecken verloren, denn Hotelzimmer haben normalerweise zum großen Teil kein Radio. Bitte schön, mit Mecker. Mit SD-Karte bis 16 Gigabyte oder USB-Stick bis 32 Gigabyte. Und dann geht es ganz einfach. Sie machen einfach das wieder aus, denn wir alle hier vom Team haben schon befürchtet, dass unser werter Kollege nicht nur so macht, sondern irgendwann auch, ja, so ein bisschen das Young nachstellt. Ich wollte es gerade machen, aber da kam dann der Film zur Rettung, bevor ich hier versuche, ACDC nachzustellen. Das macht nämlich unser Kollege gerne, wenn er metallische, also sprich, Ita-Roc hört. Das ist aber noch lange nicht alles, denn wenn Sie sagen 5 unter 5 und jetzt sagen, Moment, das waren erst 3, ist klar, jetzt kommt natürlich noch das 4. Produkt unter 5 Euro. Da sehen Sie erst nochmal, ja, den kleinen, kleinen Cube. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das stört mich schon seit Jahren. Ich gehe in ein Elektrofachgeschäft und sage, schönen guten Tag, ich hätte gern ein HDMI-Kabel. Dann sagt der Verkäufer, ey, wir haben eine ganze Wand voll, was hätten Sie denn gern? Ja, suchen Sie es sich aus, von 15 bis 200 Euro. Und ich sage dann, ich wollte eigentlich nur ein HDMI-Kabel und nicht den ganzen Laden kaufen. Machen Sie es doch ganz einfach. Bestellen Sie sich bei uns, HDMI-Kabel kann man immer gebrauchen, ein 2 Meter HDMI-Kabel, 19 polig, 1.4 für 3D-Inhalt auch geeignet. Für? 4,66 Euro. Und das bedeutet 2 Meter HDMI-Kabel, 19 polig. Und das Ganze dann auch noch mit diesen großartigen Steckern. Wir nehmen die Hülle mal ab, dass Sie die mal in voller Brillanz sehen können. Die gewährleisten einfach, dass wirklich die Bilder auch so gestochen scharf sind, wie sie sein sollen. So, jetzt haben wir noch die Weg-Funktion. Und wenn die Weg-Funktion ankommt, wissen wir eins, ja, jetzt ist sozusagen 5 Minuten 9 Sekunden, was du vorhin eingestellt hast, fast um. Also, da waren wir knapp über 5 Minuten. Und das bedeutet, nach dem HDMI-Kabel kommt natürlich gleich noch eins. Aber Sie müssen sich jetzt wirklich nicht mehr fragen, mache ich wirklich ein Schnäppchen bei einem HDMI-Kabel für 4,66 Euro? Sondern Sie können hundertprozentig sicher sein, dass dieses HDMI-Kabel 19 polig in 2 Meter Länge für 4,66 Euro der absolute Traumpreis ist. Ja, würde ich genauso sehen. Und vor allem, Sie kriegen teilweise für 10 Euro mal gerade einen Meter. Also immer ein bisschen Luft und Reserve. Vielleicht will man den Fernseher ja doch mal umstellen. Am Schluss ist das Kabel wieder zu kurz bei uns eben nicht. PE 3811 und die 569. Und nochmal, Sie können es für jeden Smart-TV-Moment verwenden, denn Ethernet-fähig ist das Kabel auch. Das bedeutet also, alle Informationen von Geräten vom gleichen Hersteller werden hin und her gelegt. Und ins Internet können Sie damit auch gehen. Aber eben für 4,66 Euro. Und das finde ich echt mal eine tolle Ansage. Jetzt ist gut. Sag mal, der ist durch. Ach, das ist der Nächste. Jetzt kommt der Zweite. Ist ja süß. Ich habe mal den Wecker gestellt und es kommt genau hin. Jetzt sehen Sie nämlich genau das Bild, wie sich das Kabel dreht für 4,66 Euro. Bei einer Preisersparnis von 48 Euro. Und rein theoretisch, wenn der Küchentimer piepte, dann müsste jetzt die Nummer 1 kommen. Also das mit meistverkaufte Produkt momentan, was wir haben. Und zu dem kommen wir jetzt auch gleich. Denn unser 4 in 1 Eingabestift, der eben so schön von dem Küchentimer eingeläutet wurde, der hat es wirklich in sich. Wir haben ihn damals ausgepackt. Ich werde es nicht vergessen. Wir haben uns angeguckt und haben gesagt, eigentlich eine so simple Idee, aber die ist so gut, weil so perfekt durchdacht. Dieses kleine Wunderwerk hat 4 Funktionen, die Sie nie wieder missen möchten. Wo Sie sagen, das ist genau das, worauf ich eigentlich schon sehr lange gewartet habe. Denn es erleichtert Ihnen den Umgang mit Ihrem Telefon, mit Ihrem Handy ganz gewaltig. Also, 4 in 1. Fangen wir mal mit Möglichkeit 1 an. Hinstellen. Ach so, ja, wir müssen es hinstellen erst. Stell es erst mal hin. Ist doch schon so schön aufgeklappt. Mit Selbstauslöser vom Smartphone. Endlich mal Fotos machen. Immer ein kleines Stativ dabei. Und das kann ich auch noch ganz toll an meinem Smartphone, an meinem Tablet befestigen. Denn wir haben auch noch einen kleinen Stecker integriert. Und der ist nicht nur dazu da, diesen 4 in 1 Stift am Gerät zu befestigen, sondern der ist gleichzeitig mit der Aufstellfunktion auch noch dafür da, dass ich eben keinen Staub in meinen Kopfhöreranschluss kriege. Das ist nämlich dann Funktion 2. Somit ist eben dieser 4 in 1 Touch-Stift immer dabei, denn er kommt einfach in die Kopfhörerbuchse rein. Und dieser kleine Gummipinöpel, der da einfach reingesteckt wird, gewährleistet erstens, dass es bombenfest hängt. Und zweitens gewährleistet es aber auch, dass keinerlei Dreck aus Hosen oder Jackentasche oder Handtasche dann in die Kopfhörerbuchse kommt, was irgendwann dazu führt, dass der Kopfhörer dann nicht mehr funktioniert. So einfach ziehen Sie es raus, so einfach stecken Sie es rein. Und das ist Funktion 2. Aber das ist noch lange nicht alles, denn jetzt ist das Display leicht schmutzig. Ist ja ein Touchscreen. Wie mache ich das sauber? Meistens nimmt man als Mann gerne ein Stück vom Hemd oder ein T-Shirt oder ein Taschentuch. Hier nicht, denn dieser Stift ist auch gleichzeitig ein Reinigungspad. Und dieses Reinigungspad ist so toll beschichtet, dass Sie nach dem Reinigen mit dem Finger ganz einfach drüber streichen und alles an Schmutz und Staub verschwindet aus eben diesem kleinen Reinigungswunder. Das ist Möglichkeit 3. Aber wir haben natürlich noch eine Möglichkeit. Und das bedeutet, wenn Sie so große Finger haben wie Herr Engelmann und ich, nur ein bisschen dicker sind vorne, dann ist es natürlich relativ schwierig, zum Beispiel genauestens auf dem Display bei Fotobearbeitung die rote Augenfunktion zu treffen. Und hier können Sie sich arbeiten, gucken Sie mal, so einfach geht das. 4 in 1. Der kann 4 Sachen und das Ganze für 3,71 Euro. Also ein Eingabestift, ein Handyständer, ein Kopfhörer, Eingang-Schoner und dann auch noch das Reinigungspad. Das alles für 3,71 Euro. Das war 5 unter 5. Und jetzt sollten Sie wirklich zugreifen, denn egal was hier auf dem Tisch stand, zu dem Preis sind es absolute Schnäppchen. Stimmt.